Wo können wir dann? Schon wieder. Nö. Nee. Kein bock mehr. Kann auch nicht. Mach den Toffi, Mama. Soll meine Aufnahme mal. Ich nehm heute nicht auf. Ich nehm heute nicht auf. Heute auf. Heute auf? Scheiße. Ich nehm heute mal für mich hier auf. Nein, das Eichhörnchen! Was laberst du? Du bist voll leise bei mir, Alter. Den Ernst? Ja, übel. Da check anpassen. Bei mir auch. Ja, es liegt dein Rahmen da, okay. Echt mal, auf jeden Fall. Ne, du hast plus 6 und jetzt hab ich dich schon plus 11 und du bist trotzdem hammermäßig leiser. Nein, ich sterbe. Oh Mann. Oh oh. Wuuuuh. Api. Das freut den Zombie über. Bist du da ganz ernsthaft runtergesprungen? Ja. Wie? Das Problem ist, das liegt jetzt an meiner Umbrella. Ja, da liegt jetzt alles. Ja, das ist das Problem, das ist an meiner Umbrella. Sonst wäre ich da. Leid mir mal deinen Quotz. Leid mir mal deinen Quotz, okay? Ich geh mal eben. Ich geh mal eben. Deine Sachen. Warte. Ich sag schon mal, mach mal den Moment an der. Na? Du hättest die Bord. Umbrella, 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 hey, 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 hey. Hey, Alter. Na, Mann, Nino. Schlaf. Geh mal gucken, ob du uns noch mehr Sachen bist. Ja, sind noch ganz viele. Wie, weil das einfach runtergeht hier, ey? Umbrella, 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 hey, 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 hey. Das heißt, ich komm nicht mehr hoch, ich hab keinen Fall. Dann spring mal runter. Ja. Seit wann ist das Loch da? Seit letzter Aufnahme. Da waren noch Sachen. Die sind halt noch weiter runtergefallen. Fast schon. Hast du meinen Embroider? Ja, ja, muss der haben. Den hab ich. Ja, den hab ich. Der liegt da. Jesus. Ah. Du scheiß Vieh. Was seid denn ihr? Aua. Aua. Warte, warte, warte. Verstehen. Ja, sie hat eigentlich alle schon daruntergelegt gehabt. Nur dann kam... Der... Schleim und hat mich da wieder ringgeschubst. Riki, brauchst du einen Spiegel? Oh oh. Oh oh oh. Ein hoch auf meinen. Ich dachte, der hat die komische Angel noch. Fuck. Alter, wie viel Scheiß hatte ich dabei, ey. Jede Menge. Ich bin noch lange nicht fertig. Naja, weiß nicht. Achso, ich hab ja jetzt schon eine Seite gemacht. Ich bin ja richtig stolz auf mich, ey. Ja. Und das snowballs? Ja, ganz viele. Eine Schlitte, ey. Du bist eine Schnitte. Du bist eine Schnitte. Super Rammler. Äh, mich... Nein. Nein. schon, aber... Warte. Ich müsste kleine Sachen erstmal gleich safen. Hier. Hier. Am Haus. Warum ist das? Du bist nicht roter. Das stört mich. Ich weiß nicht, was du hattest. Keine Ahnung. Das ist riesig. Keine Ahnung, was du hattest. Das kann ich dir geben. Das. Wow. Nein, ich hab... Ich hab nicht gesehen. Ich glaube, es ist dein Zauberstab. Ich bin mir nicht sicher. Alter, wie weit haben wir jetzt nach unten gebuddelt, ey? Ja, keine Ahnung, was hast du noch? Das ist... Ich... Ich hab auch nicht allzu viel... Oh, ja, nice. Oh, die unten ist ein Kobold. Ihr seid vielleicht Helden. Ja. Nicht an uns zurück. Was hattest du noch? Das hattest du noch. Ja, was hattest du noch, ey? Ich weiß nicht. Goldschwert. Äh, hab ich nicht. Das ist noch unten. Ich hab nichts Sichtiges aufgesammelt, eigentlich. Beschädigt. Oh, Mann. Oh. Mein Zauberstab ist beschädigt. Natürlich suboptimal. Ja, ist echt nicht so voll. Tobi, wie lange fahrst du mir da unten? Ich bin mit dem Wiki... Oh, hi. Nein. Nein, oh. Warte. Tobi, hast du noch meine Sachen? Ah ja, ich hab deine Sachen. Meine Sachen auch? Du! Ähm. Walter, mein Inventar ist schon wieder voll. Vielleicht nicht mehr. Ich hab da oben. Du bist dumm, ey. Du blöbst draußen. Barschen. 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 Ja, du hast auch noch Sachen von mir. Ja. Äh. Was denn? Zum Beispiel. Ich brauch noch meinen Zauberstab. Ja, da hab ich letztendlich anfangen. Ja. Weiß ich. Gib einfach mal das Michi. Okay. Ich hab dir nämlich schon eingegeben. Ich wusste nicht, ob das deine ist. Ich weiß auch nicht, welchen ich hatte. Du gibst mir auf jeden Fall den Heilen. Du gibst mir auf jeden Fall den Heilen. Alles klar, mach ich. Was ist Gravemarker? Kann platziert werden, Jungen. Geil. Es kann platziert werden. So, das ist eigentlich sonst hab ich alles wichtiger. Soweit ich das blicken kann. In meinem geschulten Auge. Peng, peng, peng und ganz viel Bum. Warum wir alle Gegner oben? Was? Los, können wir uns ausstatten lassen. Ja, warte. Einfach die Kürtel, darfst du für den Hook nochmal? Hallo? Beschädigt. Gibt mir den nicht hinzuziehen, Leute. Los. Dann gib mir den anderen. Mann, da war aber nicht beschädigt. Ein Rainforce Swishing Pole, die Junge. Wo kann ich Rüstung machen? Stark, geil. Stark, der hat sogar Plus vom Zurückstoß. Das war gar nicht mal egal. Michi, geht die Rüstung auch am Amboss? Ich weiß nicht gar nicht. Ja? Rüstung geht dann auch was. Frag mich nicht so Sachen. Die ganzen Monster lenken bei mir so tierisch rum. Walter! Ich bin jetzt Billy Gonzales, Junge. Wie? Oh, warte the fuck, was ist das für eine Rüstung? Tanksten. Dann würdest du die Monster gar nicht rumlegen? Warum auch immer? Vielleicht nicht gerade? Ja. Das ist Angst nach Tobi ganz alleine. Aber mir ist das einfach schon tot. Aber egal. Oh, da liegt was für eine Hilfe. Oh, da kommt noch ein Auge. Nein! Kommst du nicht schon rein? Ich hab noch Alten ins Inventar, Junge. Glasbowl. Geil. Hat jemand von euch noch Pfeile? Äh, ja. Welche brauchst du denn? Ganz normale. 324 hab ich noch. Ich hab 88 Liedfans. Ich hab auch noch 103 Feuerpfeile für dich. Geil. Geil. Das ist häufig. Das ist ein Glashest. Ah, ich hab da komischen Eisenhelm noch nicht hieß. Das ist ein Glashest. Oh. Äh, Aufnahmen läuft ja, oder? Ja. Aufnahmen läuft. Nein. Also, aber wenn ich angehe, ist das... Doch, hab ich. Nein. Doch, ich hab ein Glashest. Wann denn? Gerade. Wie das Eichhölchen verreckt ist, dass Luca da runtergefallen ist. Oh. Also, es ist mit den Aufnahmen drin, ja? Ja. Gut. Gut, dass ihr seht es. Wie ich sagen jetzt hab. Ähm. Der Brünerid. Der Terraria-Experte würde ich gleich erzählen, wie man ein Bett macht. Oh, ja, geil. Wie viel machen wir? Ja, wir brauchen dafür erstmal Webenstuhl. Wir haben doch schon alles. Oh. Ich hab sogar schon Seide. Oh. Oh, eine geile Glashest. Ich hab ne Fessel. Jawoll, Ausrüstbar. Das ist was, was ich kann. Ich hab ne Ausrüstbarer Fessel. Ich brauch euer Spinnenweben. Ich hab noch nicht genug Seide. Ich bin für die zwei Seide. Ja, Spinnene. Was kann ich mit Lempelücken machen? What us can?